Wir sind hier in Morgenblüte, in Pandaria, also Jade, Wald. Morgenblüte beenden! Dies ist Morgenblüte, das Herz des Pandarenlebens hier in Jadewald. Wenn ihr einen guten Eindruck machen wollt, dann unterstützt diese Bürger, wo ihr könnt. Also er hatte jetzt eine Quest, die konnten wir aber noch nicht annehmen. Willkommen in Morgenblüte, spreche mit Kai Wanderbräumeister Windpelz und Peiji Zapfgold in Morgenblüte annehmen. So, da, Tag, Servus. So, hier haben wir. Ja, das ist der Gastwirt. Tempel des Weißen Tigers, spreche mit Deso im Tempel des Weißen Tigers am Kunlai-Gipfel. Ja, wir können sie mal annehmen, wir werden sie aber hier bei der Questverfolgung ausblenden, weil wir das noch nicht machen wollen. Die Straße nach Kunlai reist über die verhüllte Treppe nach Binan, die werden wir auch ausblenden. Ich frage mich, warum wir hier dauernd Quests jetzt für den Kunlai-Gipfel kriegen. Hallo. Sein Name war Sturmbräu. Ich spreche mit Chen Sturmbräu auf den Donnerfußfeldern im Tal der Viehwindel. Wir waren überall weggeschickt. Die mögen uns hier nicht. Wir sind doch so nett. Wir helfen doch, wo wir können. Nein, ich bin kein Yongol. Hier drin noch eine Quest. Ne, Quatsch. Einen zum Ansprechen. Nein, ich kann euch das Kämpfen nicht beibringen. So, beenden. Jetzt kriegen wir eine Menge Quests angezeigt. Einmal hier. Die Seidenwaldstraße. Quetscht acht Seidenholzpirscher. Ähm, hier drüben. Seidenernte. Sammelt sieben seiden... äh, makellose Seidenstränge. Okay. Äh, hier haben wir eine Quest. Wo kommt ihr her? Die doppelte Hosenmutprobe. Rettet sechs verängstigte Pandarenkinder. Und hier drüben war noch eine Quest, oder? Hier ist noch einer. Äh, ein Hauch von Sorge. Sprech mit Schau, dem Widerspenstigen im Obstgarten Nektarhauch. Und hier unten ist auch noch eine Quest. Hallo? Das Tierankloster. Sprech mit Lin Zartfote im Tierankloster im Jadewald. Ich glaube, das ist da, wo man es kämpfen lernt. Ach ne, kämpfen lernen. Genau, kämpfen lernen. Nein, das mit dem Kämpfen lernen, das... Hä? War das Kämpfen lernen hier, oder war das im... äh, Startgebiet der Pandaren? Ich weiß es nicht mehr. Ich werde alt und vergesslich. Da oben... ist ein Mensch. Das Problem ist, der klaut uns hier die ganzen... äh, Mops. Okay, also bei den Dingern kriegen wir den makellosen, makellosen Seidenstrang. Was müssen wir hier eigentlich alles machen? Wir brauchen acht von diesen Spinnen. und wir brauchen noch drei Seidenstränge. Gut. Ja, das dürfen wir hinkriegen. Ja, ist gut. Ich weiß. Aber wieso flackern die so? Hat die einer in Branden gesteckt? So, was brauchen wir denn noch? Drei von den Spinnen und zwei Seidenstränge. Okay. Wir haben es gleich geschafft. Einen. ja komm wollen doch nichts verkommen lassen oder und ich muss immer noch Kirschenerei und Kräuterkunde lernen so die erste Quest ist fertig die zweite folgt sogleich durch den hier drüben so Quest abgeschlossen Kinder retten Kinder retten wird hier drüben gemacht und ich glaube da kriegen wir noch mehr Quests oder ja hier kriegen wir noch mehr Quests nein weg pfui pfui komm her oh man nervt mich doch nicht so braves Kätzchen vernichtet acht Jadewächter viel Spaß jetzt kannst du angreifen jetzt willst du nicht oder was euer Körper wird steif den können wir zum Beispiel nicht Kirschen ich glaube wir werden kurzzeitig betäubt wenn der damit komplett durchkommt ja also am besten immer nur einen angreifen und dann so schnell wie möglich platt machen was nicht immer sehr leicht ist vor allem wenn man nicht kritisch trifft so da an der Seite sehen wir auch Kinder die sollen wir nämlich befreien aber das können wir auch machen wenn wir fliegen ich habe keine Angst vor euch so und tschüss ich habe gerade so brauchen dann noch einen jahr der wächter ich bin doch einfach nur hier rüber ich bin nicht heldenhaft ich lasse mir einen wach wachsen echt warum so hier drüben ist noch eins das nehmen wir mit und den Jadewächter dann haben wir beide Quests beendet so einmal und na komm runter mit dir beide Quests abgeben ja den hier aber minus krit die Jadehexe besiegt die Jadehexe echt so dieses Häuschen hier kennen wir ja weil das haben wir ja in der Geschichte gesehen ich glaube ich habe einen jungen Wurzelschnapper in meinem Garten gehört suchen wir ihn oh wir haben was gefunden Jade durchdringende Klinge das ist ein ein Account weiter Gegenstand ist dir nicht etwas ganz besonderes mein verstorbener Ehemann und ich wollten immer Kinder werde Teil unserer Familie für immer als Jade konserviert komm Nisi komm so und somit sind alle befreit die vorher gefangen waren oder auch nicht hm komisch ja wir sind hier jetzt fertig können zurück wir haben ja drei Quests zum abgeben dadurch werden wir Level 85 ich glaube wir kommen in gar kein anderes Gebiet mehr bis wir hier fertig sind wobei Tal der Viehwinde durch zu questen wäre auch noch interessant ähm das hier ist teurer das hier beenden Stufe 85 sehr schön hier drüben die letzte Quest hallo nicht wegrennen beenden und hier vorne haben wir zwei neue Quests was braucht ihr findet den Jungen sprecht mit Tintenmeister Wei genug davon und hier drüben berichtet mir von Olfenrein was wir entbehren können bringt die geplünderte Jade zu Lernsucher Joe beim Omen des Kaisers bitte Toja in morgen blüht um ein Transportmittel äh hier wäre findet den Jungen da das näher ist wollen wir erstmal hier hin so hier drüben müssen wir da hin na 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 so das hier beenden Schrein der Morgensonne sucht am Schrein der Morgensonne nach Sira Zapfgold äh die perfekte Farbe sammelt 8 frisch gefallene Blütenblätter und hier Feder aus Stacheln sammelt 6 Wespen Stacheln von Obstgartenwespen der geht mir auf den Sack der questet auch hier der nimmt die ganzen Mobs weg ich mag das nicht so hier drüben ist das Arboretum ähm hier sind die wie heißen sie äh Jade Schlange Orden der Wolkenschlange genau also hier gibt es Dailies hier kann man sich Ruf beschaffen dass man eine Wolkenschlange als Reitier bekommt oder sich dann kaufen kann so wir sammeln jetzt erstmal ein paar Blüten ein weil ich sehe nämlich keine da oben ist eine Wespe ich bin außer reich na komm ja komm runter aber die können wir jetzt küschnern oder ja ich hoffe mal dass jede Wespe einen Stachel hat weil sonst kann das hier sehr lange dauern also bisher schon oder oder drüben äh leck mich doch am Arsch Entschuldigung ich helfe mich also ich sage ganz ehrlich normalerweise müssten sie äh entweder hier mehr Wespen unterbringen unterbringen weil es ist schon schlimm bei so wenigen Schwestern dass nicht jeder einen Stachel tropft und wenn hier drei vier Leute gleichzeitig unterwegs sind sagen wir mal also wir sind jetzt Hordler und hier wären jetzt noch fünf äh Alis unterwegs wie wie zum Teufel sollen wir unsere Stacheln vollkriegen ähm wir müssen demnächst unbedingt mal unsere Taschen leeren komm her brauchst dich nicht zu schämen einen Stachel brauchen wir noch und den nehmen wir von der WSB wenn sie mich denn will mit ihrem Stachel das hat sich jetzt verkehrt anreffen möchtest du deinen Stachel in mich stechen nein scheinbar nicht so komm her bei Fuß zack zack so das war die Quest beenden abgeben bitteschön mögen euch die Nebel und Schildebön nicht so eilig äh 10,44 bis zum nächsten Mal und das war's hier wir müssen jetzt da hochfliegen so da drüben hin hier hallo hier gut wir geben die Quest ab und machen morgen weiter n n n n n n n Untertitelung des ZDF, 2020